Für mich macht das überhaupt keinen Sinn, weil entweder musst du es dir früh überlegen, damit der neue Trainer auch ein bisschen Zeit hat, oder du musst es halt durchziehen. Aber das ist jetzt einfach nur ein purer Akt der Verzweiflung. Für mich einer der besten Trainer. Schade, toller Typ und super Trainer. Was soll das jetzt bringen? Das sind nur einige von den Posts von den Fans von WN Wiesbaden unter dem Facebook-Post zur Entlassung von Markus Koczynski. Und somit herzlich willkommen zur Reaktion Entlassung Markus Koczynski bei WN Wiesbaden. Richtig oder falsch? Wie kommt es dazu, dass Markus Koczynski jetzt entlassen worden ist? Meine Meinung dazu. Und wie geht es weiter bei WN Wiesbaden? Alles dazu jetzt bei Liga 2 in Zeit. Mein Kanal für die 2. Liga ein Abo und ein Like auf dem Kanal wird mich mega, mega, mega unterstützen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Markus Koczynski ist bei WN Wiesbaden Geschichte. Schauen wir mal ganz kurz drauf, was hat der Mann mit WN Wiesbaden gemacht? Wie kommt es jetzt zur Entlassung? Ist es gut oder ist es falsch? Er hat WN Wiesbaden am 8.11.2021 im Mittelfeld der 3. Liga übernommen, hat sie zur Relegation geführt, Relegation gewonnen, ist in die 2. Liga aufgestiegen. Nach der Vorrunde ist man immer im Mittelfeld der Tabelle, immer 6-7 Punkte vor dem Abstiegsrängen. Und zum Ende der Saison scheint ihm bzw. WN Wiesbaden der Mannschaft die Luft auszugeben. Aus den letzten 5 Spielen ist man Vorletzter in der Formtabelle. Nur Nürnberg ist schlechter. Man hat aus den letzten 5 Spielen 0 Siege, 1 Unterschied und 4 Niederlagen geholt. 5 zu 12 Tore. Man hat unter anderem gegen Rostock und gegen Osterbrück verloren, 2 direkte Konkurrenten. Und trotz all dieser miserablen Zahlen, finde ich, ist es trotzdem ein Riesenfehler, Markus Koczynski zu entlassen. Ich weiß nicht, was man sich dann wie in Wiesbaden so vorstellt, aber ich denke, jeder Fan wird mir, glaube ich, zustimmen. Wenn man sagt, alles andere als eine abstiegsbedrohte Saison wäre ein absolutes Wunder. Und deswegen finde ich es absolut, ich halte es für einen absoluten Fehler, dass sie den Trainer rauswerfen. Und ich sage es euch, wie es ist, selbst wenn wir in Wiesbaden absteigen sollten, finde ich, gibt es keinen besseren Mann als Markus Koczynski, der die Mannschaft in der 3. Liga wieder auf den Aufstieg vorbereiten kann. Und bin der Meinung, dass sie auch jetzt in der Endphase der Saison keinen besseren finden. Man spielt noch gegen Kiel, Pauli und gegen einen direkten Mitkonkurrenten, der mir gerade gefallen ist, gegen Braunschweig. Am 33. Spieltagspiel noch in Braunschweig. Es ist noch alles drin. Es ist noch lange nicht entschieden. Man erhofft sich jetzt einen neuen Trainerimpuls. Den sehe ich gar nicht. Also ich bin der Meinung, das war der Sagnagel für wir in Wiesbaden und der Abstieg steht fest. Der Abstieg stand für mich so oder so fest und jetzt ist das Ganze noch mehr bekräftigt in meinen Augen. Ich finde es für einen Riesenfehler. Klar, die letzten Spiele waren ein bisschen unglücklich. Gerade jetzt auch das 3-5 gegen Fürth, wo sie 2-0 geführt haben und dann das Spiel noch aus der Hand geben. Ist vieles unglücklich. Trotzdem finde ich, muss man immer wissen, wo man herkommt. Ich als HSV-Fan sage das so. HSV gehört für mich in die 2. Liga. Würde es ihm nicht auch noch ein Video geben. Für mehr reicht es im Moment einfach nicht. Und deswegen sollte ich, finde ich, ist das... Ich bin der Meinung, so ein Aufstieg ist halt auch immer gleichzeitig irgendwie so ein Trugschluss. Man hat Euphorie, man will mehr. Und das ist so der Fluch eines Trainers heutzutage. In einer Saison bist du hohe und innerhalb von 5 Spielen ist alles vergessen, was du in der Saison geleistet hast. Und du bist entlassen. Meiner Meinung nach ist das ein Riesenfehler. Was sagt ihr? Wen, wen Wiesbaden-Fans mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß, dieses Video wird nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Weil es halt in der Umgebung von Wiesbaden viele andere Klubs auch noch gibt. Aber ich finde, trotz alledem sollte man trotzdem über sowas berichten. Und wenn ihr mehr solche Sachen sehen wollt, ein Daumen hoch und ein Abo auf diesem Kanal. Vielen Dank. Eure Meinung zur Couchinskentlassung gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Danke fürs Schauen.